Herzlich willkommen auf meiner Europatour durch Sachsen-Anhalt. Ich bin 21 Tage unterwegs, um Europa zu erklären, wie Europa in Sachsen-Anhalt wirkt, aber auch zu hören, was die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger über Europapolitik nachdenken, was ihre Herausforderungen sind, ihre Träume, aber auch ihre Ängste. Ich war heute Morgen bei dem Landfrauenverein WIR e.V., ganz aktiver Verein im Ort Jessen mit dem SPD-Bürgermeister Jan. Ich war danach bei der Bundeswehr und habe mir die Herausforderungen angehört und den Standort kennengelernt, den die Bundeswehr als Hubschrauberstandort hat und gleichzeitig auch für die Luftraumüberwachung. Ich war bei der AWO in Wittenberg, habe mich mit Bürgerinnen und Bürgern über Europapolitik unterhalten und war bei der SPD in Bad Schmiedeberg, wo wir mit Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Bürgerinnen und Bürgern, die dazugekommen sind, gegrillt haben. Insofern freue ich mich jetzt auf die nächsten 20 Tage. Europa ist bunt und vielfältig, das habe ich heute gemerkt und verfolgen Sie meine Touren, begleiten Sie mich online auf Instagram, Facebook und Twitter. Bis zum nächsten Mal.